Äh, ich auch. Dann kann ich Hallo sagen oder willst du Hallo sagen? Nee, mach du mal. Okay, Moment. Sag mal, kannst du vielleicht ruhig sein dabei? Entschuldigung. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, zu einem Together Let's Play. Wir spielen heute zusammen Stardew Valley im Koop-Modus. Ja, und mit mir spielt MS Standard. Hallo. Ja, und der hat ja einfach schon mal angefangen, alles abzubauen, während ich euch eigentlich begrüßen wollte. So was Gemeines. Ja, der Mann muss natürlich auch die ganze Drexarbeit machen, das kennen wir ja auch. Deswegen habe ich auch das große Haus und der hat dieses kleine Steinhäuschen hier daneben. Ja genau, das hier ist meins. Ist das nicht schön? Wunderbar. Ich probiere das jetzt erstmal mit dem Gamepad, das scheint ganz gut zu funktionieren. Ja, ich spiele ganz normal aus. Ja, ich habe es schon ewig nicht mehr gespielt, Stardew Valley, und Koop schon gar nicht. Ja, deswegen bin ich gespannt, was uns hier erwartet. Wahrscheinlich genau das sehr wie im ersten Spiel, aber im normalen Spiel, aber naja, was soll's. Nee, nee, also ist ja jetzt schon überhaupt, also ja, kurz zur Erläuterung, weil ihr euch vielleicht wundert, warum unser Grundstück komisch aussieht. Wir konnten jetzt tatsächlich zwischen mehreren, also nicht mehr nur die Standardkarte, wie es ganz am Anfang von Stardew Valley war, es gab verschiedene Karten und wir haben die Wildnis, wir haben die Wildniskarte. Das heißt, dass uns abends kleine Monster auf unserer Farm besuchen, gegen die wir uns dann wehren müssen. Wir dachten, wir bieten euch mal ein bisschen Action auf dem Kanal. Kleine Monster, da bist du sicher. Ja, schauen wir mal, vielleicht sind es auch große, also vielleicht kommt ja auch gleich so ein großer Steingolem oder sowas. Gucken wir mal. Und was auch halt ganz cool ist, ähm, das wunderschöne Haus hier, das ihr seht, ist das Standardhaus, das ist natürlich mein Haus. Und ja, wie gesagt, er mit Standard hat diese kleine niedliche Hütte hier nebenan. Lustigerweise sehen die aber von innen komplett gleich aus. Also das hier ist meine, ist auch optisch ein bisschen aufpoliert durch diese Wildnismap. Äh, ja, das ist ein Fernseher. Ich stelle hier gerade mal ein bisschen in meiner Wohnung um, mir gefällt das nicht. Mach das mal, das ist wichtig. Ich mache ja draußen die Drecksarbeit. Ja, ja, ich, äh, ja, ich mach das. Zu mich. Ah, nein. Nein. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist, dass wir halt jetzt hier den Charakter neuer stellen mussten. Ja, wir konnten leider uns so nicht mitnehmen. Das ist leider so. Ich habe da schon gar keine Energie mehr. Schön. Konnte man hier oben nicht irgendwo einstellen, dass man, dass einem das Raster oder das Raster angezeigt wird, wo man hinhaut? Oh, wir schauen, Hit. Ah ja, schon gefunden. Wie denn? In den Optionen. Konntest du das einstellen. Moment. Ich muss erst, ich muss auch erst wieder klarkommen. Ich habe das ganz, ganz, ganz am Anfang gespielt, als das Spiel rauskam. Und ich habe tatsächlich, ich habe gerade bei Steam geguckt, 99 Stunden habe ich in dem Spiel verbracht. Und jetzt zum ersten Mal wieder. Ich habe keine Energie mehr, super. Ach hier, immer Werkzeugzielort anzeigen. Ah. Okay, ne, irgendwie finde ich das gut. Ne, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Verhaut man sich nicht. Ja, ich habe keine Energie mehr. Was macht man denn da jetzt? Muss ich schlafen gehen, ne? Ja, ich nehme an, wir müssen garantiert beide schlafen gehen. Also so, wie man es von Minecraft wahrscheinlich kennt. Wir haben unsere Aufgaben noch gar nicht erledigt. Wir müssen eigentlich zum Bürgermeister gehen. Du stehst im Weg. Ich muss schlafen gehen jetzt erstmal. Ich kann mich auch nicht mehr schnell bewegen. Tschüss. Sag mir mal Bescheid, wenn du schlafen gegangen bist, ob es alleine geht oder ob ich auch schlafen gehen muss dafür. Ja, ich denke schon, oder? Ich probiere es mal aus jetzt. Go to sleep for the night. Ich mache das jetzt einfach mal. Ah, du musst mit mir schlafen. Also, auch schlafen gehen. Ja. Ah, ich gehe in meinem Haus schlafen. Na gut. Ins Bett gehen, ja. Friendzone forever. Wo ist denn eigentlich meine Katze? Ich habe da ausgewählt, dass ich eine Katze haben will. Wo ist denn die? Kommt die nicht erst am zweiten oder dritten Tag oder so? Ah, so. Und wir müssen immer noch zum Bürgermeister. Oh, hier, wir haben einen Post. Hallo, bin gerade von einem Angeltrip zurückgekommen. Du solltest mal am Strand vorbeikommen. Ich habe was für dich. Willi. Okay. Wird du erst die Pastinaken? Wir können auch erst die Pastinaken setzen eigentlich. Dann können wir ja schon mal. Wie viel haben wir überhaupt? Ich habe 15. Ich auch. Wir wären eigentlich ganz kühl gewesen, hätten sie uns verschiedene Sachen geschenkt. Aber naja. Wo geht das jetzt nicht mehr? Achso. Eigentlich ist das ja kein schönes Fels, wenn wir das angelegt haben. Ich mache das ja lieber in Dreierreihen, dass man dazwischen gehen kann. Ich habe einfach nur mitgemacht, wie du gerade gemacht hast. Naja, okay. Das können wir ja nochmal ändern. Uptala. Theoretisch, wenn wir dann die, die, na wie heißen sie denn, die Selbstgießer bekommen, dann wird das ja eh nochmal alles geändert. Oh, warte mal. Ich habe ja hier noch Hofbuch. Ach du Scheiße, was ist das denn alles? Auf zum Strand. Besuch den Strand südlich der Stadt vor 17 Uhr. Dann erste Schritte. Wenn du ein Bauer werden willst, musst du mit den Grundlagen anfangen. Benutz deine Hacke, um das Feld zu bestellen. Benutz dann eine Saat auf dieser Erde, um etwas anzupflanzen. Bewässere sie jeden Tag, bis die Pflanze zur Ernte herangewachsen ist. Ja, baue einen Pastinake an und ernte sie. Sollten wir auch machen. Und sag Hallo. Wir müssen 28 Leuten Hallo sagen, steht da. Und wie ihr schon gemerkt habt, die Lenf hier spielt auf Deutsch und ich spiele für das internationale Publikum auf Englisch. Dann musst du aber auch Englisch reden, ne? Okay, ist no Problem. Ich finde es übrigens ganz lustig. Guck mal deine Klamotten an und dann meins. Herz und Totenkopf. Schön. Tja. Wie abgesprochen. Punk never dies. Ah, der Kalender. Ach ja, da haben wir alle Geburtstags. Stimmt, das habe ich schon komplett vergessen mit den Geburtstagen und so. Shane ist natürlich so freundlich wie immer. Was willst du? Geh bitte. Ach ja, den mag ich. Ach, der ist toll. Huch. Was? Zu? Hä, warum kommst du denn rein? Tja, mit dem Schlüssel. Ich war genau eine Sekunde zu früh anscheinend. Wollen wir noch ein paar Snips mitnehmen? Noch ein paar, damit wir unser Feld voll bekommen. Moment, ich muss mit meiner Lieblingsfigur reden. Hallo, nicht wegrennen. Na, die Abigail. Jetzt fangen die Weiber gleich wieder an zu quatschen. Oh, stimmt ja. Ich habe gehört, dass jemand auf den Hof zieht. Ach ja, die ist toll. Ah, ich liebe die. Ja, wie ist denn das jetzt eigentlich? Wir spielen ja zu zweit. Und eigentlich kann man in Stardew Valley ja, für die wir das gar nicht kennen, heiraten. Also, man kann sich jemanden aussuchen, ineinander verlieben, heiraten. Muss ich jetzt dich heiraten oder kann ich mir jemanden Tolles aufbieten? Ja, du musst mich heiraten. Arrangierte Ehe. Pech gehabt. Ach, verdammt. Dann ziehe ich weg. Ich ziehe wieder an die Großstadt zurück. Lauf nicht weg. Komm zu mir. Ah. Hilfe. Da holt er auch noch seine Hacke raus, sag mal. Damit kann man Leute verletzen. Ja. Wenn du wegläufst. Also, ich gehe jetzt zum Bürgermeister. So. Das wird mir hier zu bunt. So. Wie macht man das eigentlich, wenn man ein Schriftfelder hat? Eigentlich liest man die ja vor in einem Let's Play. Lesen wir beide vor? Nee, du kannst mit den Leuten reden. Na gut. Na, wie war deine erste Nacht in der alten Hütte? Wie? Das war's? Dein Großvater hat sich immer über das klapprige Bett beschwert. Aber ich bin mir sicher, tief drinnen hat er dieses Haus geliebt. Natürlich. So. Wo bist du denn jetzt hingerannt? Ähm. Hier hinten über die Brücke. Ah, so. Ja, was machen wir als nächstes? Äh, wir sollen an den Strand eigentlich. Ja, da kriegen wir unsere Fischer-Ausrüstung, klar. Hallo, willkommen im Sternentautaler Archäologie-Büro. Äh, das ist peinlich, aber der letzte Museumsdirektor hat sich mit der ganzen Sammlung aus dem Staub gemacht. Wir haben keine Artefakte, die wir ausstellen können. Ach ja, aber ich hoffe, wir können das bald ändern. Falls du irgendwelche Artefakte oder Minerale da draußen findest, kannst du, das muss ich wissen lassen. Mach ich. Ah ja, die Nerven gehen gehen. Hallo. Ach, das ist, äh, Penny. Du darfst gerne auch mal was vorlesen. Und Jess sagt gar nichts mehr, mit der kann ich gar nicht mehr reden. Hallo? Ja, ich konnte gerade lustigerweise mit Vincent nicht reden, aber jetzt geht's auf einmal, seit du mit ihm gesprochen hast. Hallo, Kind. Red mit mir. Ja, dann halt nicht. Ich glaube, ich hab sie verschreckt. Ich hab die Rede von ausgewählten Leuten. Konnte man nicht immer an die Mülltonnen gehen? Oh, wieso kann ich denn das nicht? Ja, konnte man. Hm. Vielleicht nichts drin. Also, ich geh jetzt an den Strand, wie mir gesagt wurde, und rede mit Wilden. Ja, ja, ja. Du musstest die Aufgaben doch auch haben, oder? Ja, ja, hab ich auch. Okay. Huch. Hast du auch eine Szene? Ja, aber ohne dich. Oh, ich auch. Du auch ohne dich? Ich alleine. Ahol, Fräulein. Hab gehört, es gibt eine Neulinge in der Stadt. Gut, dich endlich kennenzulernen. Ah, ich versuch immer noch ein wenig abzuschalten nach einem ganzen Monat auf der salzigen See. War ein ziemlich großer Fang. Hab eine Menge gute Fische verkauft. Endlich genug gespart, um mir eine neue Angel zu leisten. Oh, kriegen wir jetzt eine? Mhm. Hier, du kannst meine Eiter haben. Juhu. Oh, ich liebe in diesem Spiel das Angeln. Das war immer das Allercoolste. Mir ist es wichtig, dass die Kunst des Fischens nicht in Vergessenheit gerät. Und hey, vielleicht kaufst du hin und wieder mal was von meinem Laden. Nee, viel zu teuer. Du erhältst Bambusstange. Viele haben sich ja damals darüber beschwert, dass es so schwierig wäre, das andere. Fand ich gar nicht. Also klar, die Legendary-Fische, die waren natürlich, das war ein reines Glücksspiel. Das war ein bisschen doof. Aber ansonsten war es doch easy. Hier im Tal gibt es gutes Wasser, alle möglichen Fische. Ja, ist ja wunderschön. Oh ja, mein Laden ist jetzt wieder offen. Also kam vorbei, wenn du Vorräte brauchst. Ich kaufe auch alles, was du fängst. Wenn es stinkt, verkauft es sich bestimmt. Hoho, das hat mein alter Vater zumindest immer gesagt. Ja. Du hast das Englisch übrigens perfekt übersetzt. Ja, total schnell, ohne nachzudenken. Mensch. So, wir wollen es mal ausprobieren. Wie geht das denn? Ah, okay. Ich habe gar keine Ahnung mehr, wie das ging. Yay, Treffer. Jetzt beißt natürlich nichts an. Okay. Oh Gott, mich irritiert, dass da links so viel steht. Yay. Eine Sardine. Drei Zentimeter lang. Wir haben Abendbrot. Oh, Moment. Oh, das ist aber ein bisschen... Pat ist das echt gewöhnungsbedürftig. Ach, ich sehe ja, was du fängst. Ah, cool. Ich habe eine Sardine. Ja, die gleiche, wie ich habe. Wahrscheinlich so der Anfangsfisch, den jeder fängt. Ich bin die Möwe da. Beiß an. Boah, die Fische hier sind ja langweilig. Aber ich glaube, die haben das Angeln auch nochmal nachträglich vereinfacht. Irgendwas habe ich da mal gelesen. Naja, man konnte sich da mal einen Mod runterladen. Ja, da ging es dann ganz easy. Ach, eine Mod. Na gut, die haben wir natürlich nicht. Ah, nein, Fischchen, komm her. Oh, Seaweed. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Ich muss erst mal das Zeug hier wegschmeißen. Ach, Mist. Hat den Fisch gerade weggeschmissen. No. Ja, du hast schon lange nicht mehr gespielt, Mensch. Ich habe noch eine Sardine. Wo gehst du hin? Ich rede hier gerade nur mit Will. Ach so. Jetzt ist er natürlich nicht im Laden. Jetzt können wir nichts verkaufen. Oh, man gewöhnt sich aber dran. Ja, aber mit der Bambus-Angeln ist es natürlich auch sowieso ein bisschen schwieriger. Neu, sollte ich dann besser angeln. Oh, da ist länger als meine. Das höre ich öfter. Auf die Größe kommt es nicht an. Und liegt hier was am Strand rum? Ne. Hast du eigentlich... Ich habe das nie rausgefunden, was diese Schreine hier bedeuten. Hatte das nicht was mit dem Hochheiratens dazu? Oder heiraten? Ne, ne. Heiraten, da bekommst du eine Kette. Die rechts irgendwo ist. Ja, du musst auf jeden Fall hier rüber die Brücke reparieren. Ja. Vorher kannst du auch nicht heiraten, aber was hast du da... Ich weiß es nicht mehr, ne. Ich wusste das bestimmt mal. Das habe ich nie rausgefunden mit den Schreien. Da gab es ja mehrere. Das war immer ein Mysterium. Es gibt ja, glaube ich, auch... Also zumindest seit ich das jetzt mal gespielt habe, hat sich auch sehr viel verändert, dass es sehr viele neue Events und sowas gibt. Die ich alle noch gar nicht kenne. Oh. Menschen. Oh. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Das ist Marnie. Du warst Penny, ne? Wie schmeißt man dann weg? Ich weiß es gar nicht. Weg. Müsste ich jetzt nicht mehr weg. Ich habe das gerade über das Menü gemacht und dann über die Mülltonne. Ah, stimmt. Das stimmt ja. So. Boah, ich muss echt das wieder lernen. Oh. Hayley. Hieß die Hayley? Weiß es gar nicht mehr genau. Mhm. Hayley. Oh, du bist das neue Baummädchen, oder? So. Nicht? Oder so nicht? Ja, oder so. Die habe ich geheiratet in meinem Spiel. Echt? Na klar. Obwohl die am Anfang so komisch ist. Ja, als Erziehungssache. Na, nachdem man ein paar Mal mit ihr gesprochen hat, war sie eigentlich ganz niedlich. Oh, die Kühe schlafen. Sehr süß. So, jetzt Nacht, jetzt müssen wir auf Pennen gehen. Ja. Wir haben irgendwie noch gar nichts geschafft. Mensch. Wir rennen rum, gehen fischen. Ja, Punkerpaar, natürlich. Oh, kommen wir hier überhaupt durch mit dem ganzen Gerümpel? Ach, stimmt. Wenn es zu spät ist, dann kommen ja auch, ähm, steh, dann, dann, dann fällt man um, ne? Äh, ja, nicht nur das. Wir haben ja auch gesagt, oder wir haben ja das Land genommen mit den, äh, Monstern hier, ne? Ja. Monsterchen sollten jetzt eigentlich auch schon da sein. Wo sind die denn? War ganz da. Oh. Ich seh nix. Hm. Vielleicht, erst wenn's richtig dunkel wird. Wir sehen hier oben rechts die Uhr, wir haben ja noch einen. Na, wollen wir mal ein bisschen warten? Ich würd schon gerne sehen, ob hier noch was kommt eigentlich. Wir haben keine Waffen, ne? Ja, nur mal gucken. Stimmt, wir haben kein Schwert. Huh. Was hat man denn das bekommen? Ich weiß es nicht mehr. Ich verkauf mal den Fisch hier, wenn wir ein bisschen Geld kriegen. Ja, ich leg auch mal ein paar Samen. Oh, ich hab sogar ein paar Samen gefunden, die kann ich mal pflanzen. Da kommt eine Fledermaus. Nein, natürlich ist es direkt eine Fledermaus. Echt, Bruder? Ich seh die gar nicht. Hier oben, bei mir. Ah, der verfolgt mich. Ah, ich geh schlafen. Ja, lass mich, genau, lass mich alleine. Passt schon. Ich guck erst mal Fernsehen. So, was haben wir denn hier? Wetterbericht und Wahrsager. Äh, Wahrsager? Ja, da konnte auch was Schlechtes rauskommen, ne? Ich mach mal. Oh, ich sehe ein Glitzern in meiner Kristallkugel. Eine Scherbe des Wissens aus der Zukunft. Die Geister sind heute leicht verstört. Das Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Na ja, Tag ist er vorbei. La, la, la. Ich bin im Bett. Hallo, sollst du schlafen gehen? Kann ich schlafen gehen? Doch, jetzt. Einfach reinlaufen. Das ging gerade nicht. Ach, das ist irgendwie voll schön, mal wieder Starter Valley zu spielen. Ja. Oh, toll. Das ist mal ein Dreck wieder drin. Hey, wir haben Geld verdient. Moment, ich hab Geld verdient. Huch, jetzt warst du bei mir unterbrochen. Ja. Waiting for other players. Du bist bei mir gerade irgendwie ein bisschen unterbrochen. Jetzt bin ich auch rausgeflogen. Ah. Okay. Geht gar nichts mehr. Echt? Ich sehe jetzt nur das Titelbild. Ja. Das ist schön. Mir geht das Ding hier nicht weg. Also ich bin immer noch im Bett und kann nicht aufstehen. Ach so, wahrscheinlich, weil er jetzt auf dich wartet. Ah, Mist. Ja, der kann aber lange warten. Ich komme hier nicht raus. Moment, das ist jetzt Titelbild. Das geht nochmal von vorne alles los. Oder? Hm. Ist ja doof. Naja. Können wir nicht sagen. Erste Episode vorbei. Anders geht's nicht. Ich muss jetzt die Aufnahme abbrechen, sonst komme ich hier nicht raus. Ja. Wir müssen das Spiel beenden irgendwie. Okay. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Machen wir hier einen Cut.